Schwierige Zeiten, Zeiten von Fitten, Zeiten von Anstrengungen, Zeiten von Erreichen der leichten Sünden, Zeichen von Ungehorsamkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, Zeichen von Ungehorsamkeit gegenüber den Eltern, Zeichen von Ungehorsamkeit gegenüber dem Propheten sallallahu alayhi wa sallam. Tage, Momente, wo wir Muslime es auch ein bisschen schwer haben, nicht ein bisschen, sondern es auch schwer haben, und es fällt auch einem echt schwer zu schlafen. Ich bin 33 Jahre alt, relativ jung auf dieser Dunja, aber wie man so schön sagt, der Prophet sallallahu alayhi wa sallam sagte, der Muslim in meiner Ummah wird durchschnittlich 60 Jahre leben und in einem anderen Hadith 70 Jahre. Das heißt, zwischen 60 und 70 Jahre leben wir auf dieser Dunja und mit 30 hat man schon die Hälfte erreicht. Schwierig, das alles anzunehmen, schwierig damit umzugehen. Ich bin nicht in Saudi-Arabien groß geworden, ich bin nicht auf dem Mond groß geworden, ich bin in Deutschland groß geworden. Ein Bruder von euch, ein Kind von euch. Meine Eltern hatten Schwierigkeiten mit mir in den jungen Jahren. Man wird älter, man lernt die Religion kennen und dann bereut man. Möge Allah unsere Eltern segnen. Was ich aber damit sagen möchte ist, Möge Allah subhanahu wa ta'ala den Muslimen auf der ganzen Welt helfen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala den Muslimen an Orten, wo sie unterdrückt werden, helfen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala Gerechtigkeit auf Ungerechtigkeit herabsenden. Stärke auf Schwäche herabsenden. Recht auf Unrecht herabsenden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala den Muslimen wieder diese Kuwa, diese Kraft und diese Izzah herabsenden, wie wir sie einst hatten zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Möge Allah den Muslimen auf der ganzen Welt helfen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Geschwistern in Gaza helfen. Möge Allah unseren Geschwistern in Gaza helfen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Geschwistern in Gaza helfen. Und jeden einzelnen Personen, die in diesen Ländern unterdrückt werden, helfen. Allahumma am. Eins saß der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in der Masjid. Er saß in der Masjid. Und ein Fehler ist bei uns Muslime. Wir sehen den Propheten sallallahu alaihi wa sallam in der Sira von ihm immer nur als einen Propheten. Sah, er war Afdalul Khalk, er war Khatamun Nebi, er war die bevorzugte Schöpfung, er war der Siegel der Propheten. Aber wenn man sich die Sira vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam anschaut, wird man merken, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam manchmal auch einfach nur ein Freund war. Manchmal war er auch einfach nur ein Vater, wie Abdul Hamid. Zum Beispiel als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam seinen Sohn Ibrahim mit eineinhalb Jahren begraben hat. Wenn man diesen Hadith liest vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam, da füllen sich die Augen mit Tränen von einem Muslim, jung oder alt, Mann oder Frau. Wenn man liest, wenn man sich das vorstellt, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam seinen Sohn begraben hat, dann versteht man, dass er nicht immer wie ein Prophet da stand. In diesem Hadith stand er wie ein Vater am Grab seines Sohnes. Wie? Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hat so viel geweint, so viel. Er nahm seinen Sohn Ibrahim und küsste ihn, küsste ihn und umarmte ihn und reibte seine Wange an seine Wange. Ein und halb Jahre. Das ist ein Baby. Jeder, der kleine Geschwister hat oder vielleicht seine eigenen Kinder hat oder vielleicht Kinder von seinen Geschwistern. Ihr wisst, dass dieses Alter das süßeste Alter ist bei einem Baby. Mit eineinhalb Jahren, zwei Jahren, ein Jahr, wenn die anfangen zu gehen, wenn die anfangen frech zu werden, wenn sie anfangen sich mit dir zu streiten, da kannst du die auffressen, so süßend die. Und möge Allah uns davor bewahren, einst das Kind, was lächelte, einst das Kind, was du gefüttert hast, einst das Kind, was an deine Wangen geknabbert hat, weil seine Zähne, kennt ihr das, wenn Babys ihre Kinder rauskommen und dann versuchen die alles zu beißen? So hat höchstwahrscheinlich auch das Kind des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, an der Wange seines Vaters gebissen. Und dann muss der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, dieses Kind, was einst gelacht hat, muss er waschen. Das Kind ist blass. Da muss er das zum Grab tragen. Das Kind lacht nicht mehr, es ist kalt. Leblos. Und der Prophet hat es genommen und hat es umarmt und hat geweint und geweint. Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, hat viel geweint. Abdurrahman ibn Auf fragte den, ja Rasulullah, wenn auch du weinst so viel, so viel, ja Rasulullah, weil wir kennen es von dem Propheten, wenn er geweint hat, hat er leise geweint. Er hat in sich geweint. Kennt ihr das, wenn man manchmal das Weinen unterdrücken möchte und dann hört man so ein Brummen? So hat der Prophet geweint, im natürlichen Gang. Aber hier wird uns überliefert, der Prophet hat mit Stimme geweint. Sein Körper hat gezittert, sein Bart war nass, sallallahu alaihi wa sallam. Und er weinte mit Stimme und möge mein Vater und meine Mutter für diesen Mann geopfert sein. Und Abdurrahman ibn Auf fragte ihn, ja Rasulullah, auch du weinst so viel? Ja, nee, du bist doch ein Prophet, will er ihm damit sagen. Aber er hat vergessen, dass er da als Vater stand. Und dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, zu Abdurrahman, ja Abdurrahman, wie soll ich denn nicht weinen? Ich habe ein Stück von meinem Herzen gerade begraben. Mein Herz ist unter dieser Erde, ja Abdurrahman. Aber hier hat der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, direkt wieder an seine Ummah gedacht. Direkt wieder an uns, weil er weiß, ah, meine Ummah wird genau dasselbe durchmachen wie ich. Jetzt ist es genug, Vater, jetzt muss ich wieder Prophet sein. Was hat er uns mitgegeben als Nasihah, als er seinen Sohn begraben hat? Er sagte, die Augen weinen und das Herz schmerzt. Aber wir suchen trotzdem Worte, die Allahs Zufriedenheit erlangen. Und dann sagte er, nochmals Abschied als Vater, Ja, Ibrahim, dein Gehen tut uns sehr, sehr weh. Dass du jetzt gehst, ja Ibrahim, mein Sohn, tut sehr, sehr weh. Aber trotzdem wollen wir Allah, sallallahu alaihi wa sallam, zufriedenstellen. Und wenn so ein Mann, der auch die Probleme von der Dunya hatte, Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, wurde geschlagen, Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, wurde beleidigt, Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, wurde Unrecht getan. Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, für die Älteren unter uns, er hatte auch Probleme mit seiner Tochter und seinem Schwiegersohn. Wir kennen den Hadith, als Ali sich mit Fatima gestritten hat. Und dann ist er rausgegangen, wo, angelehnt an die Kaaba, Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, bekommt davon mit, er geht zu Fatima und fragt, ja Fatima, was ist passiert? Und Fatima wollte ihm nichts sagen. Und dann war der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sauer, weil sich Fatima mit seinem Schwiegersohn streitet. Und dann ging er zu Kaaba und wie sieht er da? Ali, was hat er zu ihm gesagt? Ja, Abu Turab, oh Vater von Staub, steh auf. Fatima war sogar so einversüchtig, sie dachte immer, Rasulullah liebt seinen Schwiegersohn mehr als seine Tochter. Das heißt, Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, hatte jede Probleme der Dunja mitgehabt. Aisha sagte, in dem Haus des Gesandten, für drei Monate war kein warmes Essen. Drei Monate kein warmes Essen für die Schüler unter uns, wenn ihr von der Schule kommt, wo manchmal unsere Mütter etwas länger brauchen und du dich da nervst und sagst, oh Mama, was machst du denn den ganzen Tag? Nur am Telefonieren oder was? Weil du hungrig bist. Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, drei Monate kein warmes Essen. Nur das, was sie ihm geschenkt haben. Es wird so überliefert, verdorbene Datteln hat er gegessen. Verdorbene, nicht diese dicken und Medjul-Datteln. Trocken, trocken, Stein. Steine hat er sich gebunden. Kennt ihr das, wenn ihr hungrig seid und ihr drückt euren Bauch nach innen? Sagt er, ich kann. Rasulullah hat Steine gebunden. Und wenn ein Mann, der alles durchgemacht hat, was die Dunja an Schlechtem zu bieten hat, uns eine Nasihah gibt, dann ist diese Nasihah wertvoll, oder? Was eine Nasihah hat uns der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, gegeben. Eins saßte der Prophet in der Masjid, die Sahaba mit ihm, und sie fragten ihn, ja Rasulullah, erzähl uns von Yawm al-Qiyamah, erzähl uns vom Tag der Auferstehung, ihre Zeichen, wann wird sie passieren? Und jetzt kommt der Prophet. Ist das wie wir heute? Ja, Mahdi, Isa, und die Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, was habt ihr denn dafür vorbereitet, dass ihr fragt? Was habt ihr dafür vorbereitet, dass ihr mich überhaupt fragt? Habt ihr dafür was vorbereitet? Haben wir Muslime heute etwas vorbereitet? Vorbereitet? Wenig. Wallahi wenig. Die Jugendlichen spielen den ganzen Tag Playstation, Fortnite. Tekken 8 ist rausgekommen vorgestern. UFC 5 auf Playstation. Die Älteren den ganzen Tag am Telefonieren. Der andere guckt den ganzen Tag Fußball. Der andere sitzt den ganzen Tag im Café. Der andere ist den ganzen Tag am Handy. Was machen wir überhaupt für Yawm al-Qiyamah? Dass wir Allah überhaupt treffen. Und die Sahaber waren ruhig. Und das, liebe Geschwister, ist, was der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, uns mitgeben möchte. Die Dunja ist eine Brücke. Eine Brücke für dich zu Jannah oder zu Jahennam. Das ist die Dunja. Also ist die Dunja nur eine Brücke für dich, entweder Jannah oder Jahennam. Abdelhamid, wie meinst du das, Brücke? Weil wir müssen vieles verstehen. Viele Ahadith, und das ist der Unterschied, wenn man bei Gelehrten sitzt und lernt, oder wenn man zu Hause sitzt und Bücher nimmt. Die Gelehrten erklären dir das, die Ulama. Was bedeutet eine Brücke? Wenn ich frage, was ist eine Brücke? Eine Brücke ist, die zwei Sachen verbindet. Eine Brücke ist eine Hilfe für dich, um ein Hindernis zu überqueren. Das heißt, ohne diese Brücke kommst du nicht rüber. Und die Brücke wurde gebaut, damit du leicht rüber kommst, um zwei Orte zu verbinden. Also wie kann die Dunja jetzt eine Brücke für dich sein, mein Bruder oder meine Schwester? Die Dunja ist eine Brücke für dich zwischen deinem Leben und Allah subhanahu wa ta'ala. Dazwischen sind deine Sünden, deine Taten. Ohne diese Dunja kommst du nicht ins Paradies. Und ohne diese Dunja kommst du nicht in Jahennam. Die Dunja kann für dich sein oder gegen dich sein. Entweder du nutzt die Dunja aus oder du nutzt die Dunja nicht aus. Und das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt. Minkum me yuridu dunya wa minkum me yuridu l'akhira und es gibt manche von euch, die wollen die Dunja und es gibt manche von euch, die wollen die Akhira. Das Jenseits. Das heißt für uns, um das zu vereinfachen in unserer Sprache, wenn mein Diener nur die Dunja haben will, mein Diener, du bekommst sie. Und wenn mein Diener nur die Akhira bekommen will, dann bekommt sie auch, mein Diener. Aber hier hat Allah subhanahu wa ta'ala was sehr, sehr Gewaltiges danach gesagt. Was hat er danach gesagt? Er sagte, und derjenige, und derjenige, der sich für die Dunja entschieden hat, für ihn ist kein Anteil ein Akhira. Er bekommt nichts von Akhira. Wenn er die Dunja haben will, er bekommt sie. Sie wird dir gehören, mein Diener. Ich mache dir die Türen zur Dunja auf. Aber, der, der seine Dunja haben will, der wird keinen Anteil an Akhira haben. Und das ist das, was so ekelhaft ist, Paul. Wir merken das. Eine Sünde ist eine Entscheidung. an die Jüngeren, wenn ihr älter werdet, bei euch sind die Sünde noch spontan, ihr macht einfach, ihr denkt nicht nach. Aber wenn ihr älter werdet, eine Sünde ist eine Entscheidung. Du hast dich entschieden, diese Sünde zu machen. Und hier ist das ekelhafte, und hier ist das Versprechen von Allah. Wer die Dunja haben will, der bekommt sie. Wir merken das. Wenn du eine Sünde gemacht hast, Allah öffnet dir die Türen zur Sünde noch mehr. Ist die Belohnung des Gutes nicht das Gute? Cheikh Nuttamin sagt, ist die Belohnung des Schlechten nicht das Schlechte? Hast du eine Sünde gemacht an die ganzen etwas Älteren von uns? Lass uns moderne Themen ansprechen, weil der Islam kennt keinen Scham beim Wissen. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagte, der, der sich schämt und der, der hochmütig ist, wird niemals lernen. Die Jugendlichen unter uns mit Freunden oder die Schwestern mit Freunden, du hast dir diese Tür aufgemacht, richtig? Du hast dich entschieden. Guck mal, was Allah macht. Er macht dir die Türen zum Schlechten auf. Von einem Treffen wird zwei Treffen, von drei Treffen wird vier Treffen und dann gibt es ein Händchen halten, dann gibt es eine Umarmung und dann gibt es noch mehr und dann klappt es nicht, dann nimmst du die nächste Freundin, die noch schöner ist und dann, wenn mein Diener die Dunja haben will, kriegt er die Dunja und dann kommt Sinna und dann Spielothek und dann, nenn mir einen, nenn mir einen, den ihr kennt, der nichts mit diesem Dienst zu tun hat oder eine, die nichts mit diesem Dienst zu tun hat, wo sie kein schönes Leben hat. Du siehst sie dann, Markenklamotten, schöne Autos, schöne Frauen, der hat keine Sorgen, richtig? Der hat keine Sorgen und auch die älteren, Haus und Kredit und man, die leben ihr Leben. Allah hat ihnen die Dunja gegeben. Sie haben ein einfaches Leben. Sie haben keine Kopfschmerzen. Welche Freundin mache ich mir jetzt? Klar, was mache ich? Wo gehe ich raus? Sie leben ihr Leben. Allah hat ihnen die Dunja aufgemacht. Nimm, mein Diener. Du hast dich entschieden für die Dunja? Nimm sie. Ess sie, trink sie, genieß sie. Aber was hat er ihnen verwehrt? Al-Akhirah. Und das ist das, was Ibn Qayyim, Rahimullah, Imam Al-Qulub, der Imam der Herzen gesagt hat. Wenn Allah sich von dir entfernt hat, und das ist das Ekelhafte. Wallahi, als ich das gelesen habe, ich dachte mir, ich finde mich hier in diesen Worten wieder. Das bin ich, er redet über mich. Wenn Allah sich von dir entfernt hat, er will nichts mehr mit dir zu tun haben, nimmt er dir nicht dein Essen weg. Er nimmt dir nicht dein Trinken weg. Er nimmt dir nicht die Dunja weg. Er gibt sie dir noch mehr. Aber das, was er dir wegnimmt, ist das Gebet. Das Privileg, mit ihm reden zu dürfen. Er nimmt dir all das Gute weg, was als Brücke für dich dient. Diese Dunja als Brücke zu nutzen, nimmt er dir weg, damit du nichts mehr mit ihm zu tun haben kannst. Wir haben aus dieser Dunja keine Brücke gemacht, wir haben aus dieser eine Mauer gemacht. Eine Mauer, eine Blockade zwischen uns und Allah. Und das ist der Grund, warum alle Jugendlichen, in die Alamate und Sa'ad, die Zeichen der Stunden, wenn du das in dem Buch liest, gibt es ein Hadith, der wird überliefert, wenn ich mich nicht täusche, bei Imam Tirmidhi, als Hasan, da sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, ein Zeichen der Stunde ist, dass die Jugendlichen aggressiv sein werden und depressiv. sie sind nicht lebensfroh, sie wollen nicht mehr leben. Ein Zeichen der Stunde ist, viel Polizei, viel Sicherheit, Leute auf der Dunja, die Unrecht begehen. Ein weiterer Zeichen, sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, die Menschen werden an den Gräbern vorbeigehen. Du musst bei den Gräbern vorbeigehen und du sagst, ach, der hat es gut, wäre ich doch an seiner Stelle. Und das ist doch das, wovon wir reden. Bitte, Jani, lass uns ehrlich sein. Wir können uns belügen und wir können schauspielen und lachen, es ist so nach. Allah weiß, was in unserer Brust ist, wenn wir zu Hause sind. Wir wissen doch, wie wir uns fühlen, ob jung oder alt, Mann oder Frau. Wir sitzen da im Bett und manche weinen sogar, weil sie keine Lust mehr haben auf das Leben. Sie wollen nicht mehr weiterleben, sie denken sich, was ist das für eine Dunja? Was sind das für Menschen? Passt doch hier nicht rein. Das ist doch nicht meins. Richtig? Du siehst doch, alles ist verdorben und das ist das, was der Prophet sallallahu alayhi wa sallam sagte. Alles, alles auf dieser Dunja ist verflucht. Alles. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hat gesagt, alles, kulluhum, alle, alle, alle sind verflucht. Außer da, wo Allah erwähnt wird und das, was damit zusammenhängt. Guck mal, was für ein Hadith. Und das ist die Scharra von den Gelehrten. Alles auf der Dunja ist verflucht. Außer da, wo Allah erwähnt wird und das, was damit zusammenhängt. Was ist damit gemeint? Deine Kinder für die Älteren, deine Kinder können für dich ein Fluch sein. Richtig? Wie viele Eltern haben Stress mit ihren Kindern? Bekommen wir das nicht mit? Drogen, Alkohol, Sinner, geschieden, Kind krank, Kind abgetrieben, Tochter dies, da das, Tochter abgehauen. Hört nicht. Haben wir das nicht, diese Probleme in der islamischen Gemeinschaft? Eltern haben Probleme mit ihren Kindern. Deine Kinder können ein Fluch für dich sein. Weil der Prophet sallallahu alayhi wa sallam sagte, alles auf der Dunja ist verflucht. Außer deine Kinder halten zu Allah. Dann hast du gute Kinder. Dann bist du stolz auf die, ja mein Sohn, der geht Koranunterricht. Ja, ja mein Sohn, der betet 500 am Tag, meine Tochter ist bedeckt. Die geht nirgendwo raus. Und dann siehst du, dass die Muslime, dessen Kinder praktizieren sind, die sind stolz, die sind zufrieden. Aber die, die dessen Kinder nicht zufrieden sind, siehst du die nur noch mit Kopfschmerzen. Genauso aber auch umgekehrt die Kinder mit ihren Eltern. Eltern können eine Fitna für dich sein. Es gibt eine Aya dafür. Allah sagt, O diejenigen, die ihr glaubt, gewiss von euren Ehepartnern und Kindern gibt es Feinde. Fakhturuhum, passt auf. Sheikh Mba sagt, damit ist gemeint, die ganze Familie kann für dich Feinde sein. Und so siehst du dann zum Beispiel, deine Eltern können für dich ein Fluch sein. die verbieten dir Ehen. Die verbieten dir das, die verbieten dir das. Es gibt manche Schwestern, die sagen, meine Eltern verbieten mir Hijab. Habt ihr das gehört unter euren Freunden? Mein Vater, meine Mutter erlauben mir nicht zur Moschee zu gehen. Meine Eltern wollen nicht, dass ich lange ein Bad habe. Meine Eltern wollen nicht, dass ich Umrah gehe alleine. Meine Eltern wissen nicht, dies, das. Eltern können für dich eine schwierige Prüfung sein, außer diese Eltern halten an Allah fest. Und dann siehst du die Kinder, die sagen, nein Bruder, mein Vater, der bringt mir Koranlesen bei. Nein, mein Vater, der nimmt mich immer mit zur Juma. Nein, meine Mutter zeigt mir, wie ich mich richtig bedecken muss. Meine Mutter erinnert mich an meine Pflichten im Haushalt, die bringt mir das bei. Das heißt, hier haben wir doch einen Beweis. Geld. Alles auf der Dunja ist verflucht, sagt er. Geld. Weißt du, an die Jugendlichen, ihr seht viele Menschen, viele Menschen seht ihr im Internet, richtig? Rapper, Influencer. Ich habe hier ein paar Brüder mit mir, die mich persönlich kennen. Frag die nach dem Vortrag, geh zu denen hin und frag, stimmt das, was Abdelhamid sagt? Mit jedem Rapper, den ihr kennt, habe ich schon Kontakt gehabt, geschrieben, getroffen, telefoniert. Alle sind unglücklich. Alle sind unglücklich. Diese Influencer, du siehst, das Geld sie kaputt gemacht hat. Alles auf der Dunja ist verflucht. Das Geld ist ein Fluch für dich, außer da, wo man Allah erwähnt und das, was damit zusammenhängt. Deswegen ist es heute eine Ehre, die Jugendlichen könnten jetzt irgendwo Fußball spielen oder in der Stadt rumlaufen, richtig? Die etwas Älteren könnten jetzt irgendwo rausgehen zu anderen Städten. Die noch Älteren könnten jetzt mit ihren Familien sitzen und Zay trinken und ja, nee. Aber Allah hat uns hier ausgesucht. Jeder von euch hat gesagt, dieser Diener wird heute hier sein, den will ich nicht. Abdelhamid wird heute hier sein, den will ich nicht. Du wirst heute hier sein, den will ich nicht. Die Schwester will ich, die Dienerin will ich hier haben, die andere nicht. Weil Allah uns die Türen aufgemacht hat, hier was Gutes zu machen, für sein Haus zu spenden. Beytullah. Alles auf der Dunja ist verflucht, außer da, wo man Allah erwähnt. Und wo erwähnt man Allah? In der Masjid. Deswegen, liebe Geschwister, ihr dürft das nicht Kleindenken. Ich weiß, diese Dunja ist echt verdorben, subhanallah. Wenn die dich einmal so packt, lässt sie dich nicht mehr los. Egal, selbst bei den jüngeren Kindern. Ich sehe das, ich gebe euch mal ein Beispiel. Alhamdulillah, ich habe zwei Kinder. Meine Tochter ist zehn, mein Sohn ist sieben. Heute war zum Beispiel eine Situation, ich möchte die mit euch teilen. mein Sohn ist Fortnite-Fanatiker. Fortnite, 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 Playstation. Das ist ein Spiel. Der war so vertieft in seinem Spiel, dass seine Mutter ihm gesagt hat, steh auf und zieh dir Socken an. Und er sagte, ja, ja, ich habe die jetzt. Dann hat er seine alten Socken angezogen und meine Frau, seine Mutter, sagte, das sind alte Socken, wieso ziehst du die alten lang, nimm neue. Und dann sagte er, ja, ja, ich habe neue. Und dann sagte meine Frau zu ihm, Wallah, sind das neue? Er sagte, Wallah, das sind neue. Und er hat gelogen. Mit sieben Jahren. Und dann habe ich ihn gepackt und habe gesagt, komm mal her, warum lügst du? Ich weiß nicht. Guck mal, sieben Jahre, das ist ein Kind, was hat er mit der Dunja zu tun? Aber du siehst, ein einfaches Spiel, Dunja ist eine Fitna, selbst für kleine Kinder. Er wollte keine Zeitfahrt, er wollte unbedingt weiterspielen. und hat angefangen zu lügen, hat angefangen bei Allah zu schwören und zu lügen. Und dann habe ich ihn gepackt und angeschrien und habe gesagt, das geht so nicht, schämst du dich nicht, liebst du Allah nicht? Und man kennt ja seine Kinder, seine Lippen wurden zittrig. Er war so am Wackeln und war so am Gucken. Ich habe ihn dann so angeguckt und der Nefata, Herz war so ein Baby. Ich habe ihn so angeguckt und meine Frau meinte zu mir, sei nicht schwach, sei nicht schwach, zieh durch. Da habe ich ihn angeguckt, habe ich gesagt, Baba, liebst du Allah? Er sagt, ja, Baba, ich liebe Allah. Sag, machst du das noch einmal? Nein, Baba, ich mache das nicht mehr. Ab jetzt habe ich gesagt, fürchte Allah, denn Allah sieht dich und hört dich. Dann ist er zu mir gekommen und hat mich umarmt. Und ich sage euch das, als Vater war, mein Herz war am Bebel. Das war so, ich hatte selber mit ihm weinen können. Warum erzähle ich euch das? Warum hätte ich mit ihm weinen können? Weil mich das erinnert hat an Allah subhanahu wa ta'ala. Wie oft lügen wir Allah an? Wie oft geben wir Allah Versprechen? Wie viele Schritte entfernen wir uns von Allah? Ein Schritt, zwei Schritte, drei Schritte. Wallah, ich mache das. Wallah, morgen, Wallah, morgen, Wallah, morgen und wir sind verlaufen. Wir haben uns verlaufen. Und dann kommt eine Ayah, ein Vortrag, ein Darst, ein Imam, ein Kelab. Und der Imam wird größer und dann fängst du an zu weinen und zu bereuen und du sagst, ja Allah, vergib mir. Ich wollte das gar nicht. So wie mein Sohn, ich wollte gar nicht, Baba. Ich weiß nicht, warum. Und genau so ist Allah. Allah lehnt dich nicht ab. Mach tausend Schritte zurück. Ein Schritt zu Allah. Nur ein einziger Schritt. Und du sagst, ja Allah, ich freu das gar nicht. Ja Allah, ja Rabbi, ich weiß nicht, wie das passiert ist. Nur ein Kelab, nur ein Schritt, nur ein Wort und Allah löscht alles. Genauso wie ich mit meinem Sohn. Alles vergessen. Weil die Liebe, Allah liebt uns. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagt, Allah freut sich. Subhanallah. Allah freut sich, wenn sein Diener zurückkommt. Allah bedankt sich bei seinem Diener. Allah lächelt seine Diener an. Und Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagte, wenn Allah seine Diener anlächelt, für ihn ist Jannah. Deswegen, liebe Geschwister, verzeiht mir. Wir haben hier ältere Hujaj, eigentlich ich mit meinen jungen Jahren kann nicht hier vorne sitzen und älteren Hujaj ein Darst machen oder eine Naseha geben. Aber ich kann nur das sagen, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt. Weil Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ist über unseren Köpfen. Von jedem von uns. Nenn mir einen Muslim. Nur einen Muslim, der sagt, ich liebe Allah und seinen Gesandten nicht. Was hat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam gesagt? Al-Fajr wal-Ishah sind schwer. Für wen? Für wen ist Fajr und Isha schwer? Für welche Gruppe von Menschen fallen diese zwei Gebete sehr, sehr schwer? Wer weiß das? Bitte, mein Bruder. Für die Munafiqin, für die Aishla. Für die, die sagen, ja, ja, ich bin mit euch. Allah hat ja extra eine Suche und sogar viele Ayate über sie herabgesandt. Fajr und Isha ist für sie sehr, sehr schwierig. Richtig? Ihr habt das ja schon mal alle gehört. Jeder hat diese Sache gelesen oder gehört, aber wir verstehen das nicht. Dieses Tadambur, das Nachsinnen über das, was wir lernen, fehlt uns. Ein Nicht-Muslim, der geht doch morgens zur Zeit von Fajr, geht er doch mit seinem Hund raus. Richtig? Habt ihr alles schon mal gelesen? Bruder, wie kannst du schlafen? Schwester, wie kannst du schlafen zu Fajr? Wenn Nicht-Muslime mit ihren Hunden rausgehen und sie gehen spazieren und du schläfst, haben wir alle gehört, richtig? Und die Luft zu Fajr ist so rein, warum? Weil die Munafiqin schlafen, richtig? Aber lass uns mal verstehen, was das bedeutet. Warum geht der Nicht-Muslim mit seinem Hund raus? Jeden Morgen. Jeden Morgen bringt er ihn raus. Er bricht sein Schlafen, verlässt sein warmes Bett, zieht sich an und geht mit dem Hund Gassi. Halbe Stunde, eine Stunde. Und dann kommt er wieder nach Hause. Jeden Morgen. Warum macht er das? Was denkt er? Kann mir jemand antworten? Weiß das jemand? Bitte, mein Bruder. Damit der Hund nicht in die Wohnung macht. Richtig? Okay. Was denkst du? Warum bringt er den Hund immer raus? Was sagst du, mein Schatz? Damit der Hund nicht in die Wohnung macht. Du, mein Schatz? Dasselbe? Damit der Hund die Wohnung nicht verschmutzt. Bitte, mein Bruder. Barakallah aufheak, mein Bruder. Dieser Nicht-Muslim, der macht das, weil er seinen Hund liebt. Er liebt seinen Hund bedingungslos. Er hat nichts von diesem Hund an sich. Der Hund gibt ihm nichts. Aber er liebt ihn. Und deswegen jeden Morgen steht er auf und bringt ihn raus. Jeden Morgen, weil er ihn liebt. Und jetzt, achi Muslim oder uhti Muslima, wie sehr liebst du Allah? Wenn ich frage, liebst du Allah? Natürlich. Frag mich, ob ich Allah liebe. Natürlich liebe ich Allah. Frag mich, ob ich morgens zu Fajr aufstehen werde. Allahu alu. Weil die Liebe fehlt. Kann das sein, dass ein Mensch einen Hund mehr liebt als ich Allah? Ja. Ja, Wallah. Er liebt seinen Hund mehr als ich. Allah. Sonst würde ich doch aufstehen zum Fajr-Gebet. Ich würde doch aufstehen zum Fajr-Gebet, aber die Liebe fehlt. Es ist nur reden. Ich rede zu viel. Und diejenigen, die ihr glaubt, warum sagt ihr etwas, was ihr nicht tut? Allah hasst das, wenn ihr etwas sagt und nicht tut. Also ab jetzt, wenn du sagst, ich liebe Allah, Burra, Beweis, Beweis, morgen Fajr in die Masjid. Wenn du sagst, ich liebe Allah, Burra, du musst Sadaqa geben für die Masjid. Weil das ist ein Beweis. Inna lezina amenu wa amilu. Amenu wa amilu. Die glauben und machen. Nicht nur glauben, ja, ja, ich glaube. Wa min al nasi maya quulu amana billahi wa bil yomil akhira. Und viele sagen, ich glaube an Allah und den jüngsten Tag. Wa ma humbi muqminin. Und sie sind nicht gläubisch. Jukhadi un allaha wal lezina amenu. Sie wollen Allah und die Menschen, die glauben, nur täuschen. Wa ma yahda'una illa an fusaum. Und sie täuschen nur sich selbst. Deswegen, liebe Geschwister, heute ist eine Chance. Heute ist ein Tag. Allah hat jeden von uns erwähnt. Abdelhamid hier. Firaz hier. Muad hier. Bakki hier. Emin hier. Filan, Filana hier. Warum? Damit wir zeigen die Liebe. Heute muss man geben, Burra. Wie Abdelhamid, ich habe kein Geld. Du musst das geben, was du liebst. Das geben, was du liebst. Liebe Geschwister, Wallahi, ich habe Geschwister getroffen, die haben ihre Autos verkauft. Sag, warum? Er sagte, Bruder, ich habe gemerkt, ich liebe das zu sehr und das ist das Sebeb, dass ich mich Allah nicht nähern kann. Weg damit. Genau wie Nebi Suleiman. Zu Nebi Suleiman, seiner Zeit, war Pferde eine Fitna für die Menschen. Schöne Pferde. Und dann gibt es Mufassirun, das heißt Leute, die den Koran erklären, die sagen, Allah, subhanahu wa ta'ala, hat Nebi Suleiman den schönsten Pferd gegeben auf der Dunja. Und andere sagen, sein Pferd hatte Flügel. Nicht nur, dass er reiten konnte und wunderschön war, sondern sein Pferd hatte sogar Flügel. Ein Beweis dafür ist in Sahih Bukhari, als Aisha diesen Pferd mit Flügel hatte und sagte, das ist wie das Pferd von Suleiman. Und dann hat Suleiman in seine Haare gekämpft und seine Haut so schön gemacht. Wie bei uns Älteren, wenn man sich einen neuen Benzer holt, einen BMW holt, einen Audi A6 holt und du machst, obwohl er sauber ist, und du machst ihn an und noch ein Foto und die Jüngeren, die lieben zum Beispiel FIFA 24, Fortnite und nochmal gucken und nochmal spielen und die Schwestern vielleicht eine Gucci-Tasche, eine Louis Vuitton-Tasche, ein neues Handy, iPhone 15, die älteren Hujaj und uns vielleicht sein Haus. Und noch ein Foto von Marokko und noch ein Foto von den Häuser in Marokko, die wir bauen. Erste, zweite, dritte Etage. Drei Etagen. Wer soll in der dritten Etage leben, Bruder? Es reicht nur die erste, aber drei, vier, fünf. Und Nebi Suleiman war machen und tun und er hat nicht verpasst. Er hat nur den Beginn, den Beginn, er war mit seinem Pferd. Und dann hat er nachgedacht, hat sein Schwert gezogen und diesem Pferd den Kopf abgeschlagen. Warum? Er sagte, Wallahi, dieses Pferd hat mich abgelenkt von Allah. Was hat Allah gemacht? Was hat Allah gemacht? Er schickte Jibril und sagte, ja Jibril, geh zu Nebi Suleiman und gib ihm dieses Geschenk. Welches Geschenk? Jibril, a.s. ging zu Nebi Suleiman und sagte, weil du dieses Pferd geopfert hast für Allah, hat Allah dir den Wind geschenkt. Weil erstens den Wind du nicht mehr opfern kannst und zweitens der Wind etwas ist, was keiner haben kann. Und das ist Tijara mit Allah. Das ist Tijara mit Allah. Wie der Schick wenn er sagt, Allah, Möge Allah mit Gutem und seine Familie mit Gutem sehen, wo er gesagt hat, die Tijara mit Allah ist wertvoller, unendlich. Heute ist ein Tag, Bruder. Wie viel Geld brauchst du beiseite? 10, 15, 20.000 Euro? Guck mal, ich gebe euch was Privates mit, weil wir haben noch, ich wurde gebeten, das ein bisschen zu ziehen. Vor zwei Tagen, ich sage was sehr Privates jetzt, weil das ein Problem ist in der Unmah. Mein Vater hat neun Geschwister, neun, Brüder und Schwestern und mein Vater ist der Jüngste. Wallahi, alle neun Geschwister reden nicht miteinander. Keiner hat miteinander was zu tun. mit seinem Bruder hat er 17 Jahre nicht geredet und sein Bruder ist gestorben. Vorgestern ist seine Schwester gestorben und mein Vater war am Weinen und am Weinen am Weinen und am Weinen und er sagte, ach, ach, warum? Wisst ihr warum? Wegen einem Haus und einem Platz in der Heimat. Ein Haus und ein Platz in der Heimat. Die Älteren wissen, wovon ich rede. Und wenn du dir dieses Haus und dieser Platz anschaust, Wallah, das ist Bruder, Müll, Müll. Prinzip. Seht ihr, wie die Dunja uns anlügt, wie die Dunja uns betrügt. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ging einmal und dann hat er so Kadaver gesehen. Wisst ihr, was Kadaver ist? Tote Tiere auf der Straße. Kann sein ein Hund, kann sein eine Katze, kann sein irgendetwas anderes. Tot und madern und fliegen und Müll drumherum war da. Und Rasulullah sieht das und sagt zu den Sahabern, kommt ihr hin, kommt ihr hin. Und die Sahaber sind gelaufen und die gehen und sagen, was ist los, der Rasulullah? Er sagt, hier ist eure Dunja. Das ist eure Dunja. Nimmt sie jetzt. Und um das Ganze zu beenden, dann glaube ich, ist es auch Maghreb. Oder soll ich noch weiter machen? Ich kann meine eigene Stimme nicht mehr haben, Bruder. Es ist nur eine Naseha von mir für die Jüngeren, für die Hujjaj, die geben uns Naseha. Aber eine Naseha von mir zu euch. Hast du Probleme mit der Dunja? Brüder, hört mir bitte zu. Wallahi, guck mal, ich will nicht. Das gehört sich nicht als Da'i, seine Sachen zu geben und zu erzählen. Aber die Brüder, die mit mir sind, die wissen ganz genau, was ich durchmache. Ich bin ein Bruder von euch. Ich habe dieselben Probleme. Ich liebe schöne Autos. Ich liebe schnelle Autos. Ich liebe teure Uhren. Ich liebe schöne Markenklamotten. Ich liebe das einfach. Möge Allah diese Liebe aus den Herzen entfernen. Allahumma almi. Aber wenn ihr ein Problem mit der Dunja habt, du kannst dieses Problem nicht mit der Dunja lösen. Es geht nicht. Du kannst Probleme von der Dunja nicht mit Dunja lösen. Wie? Es kommt eine Nachzahlung für die älteren Stadtwerke. 1200 Euro Nachzahlung. Was macht er jetzt? Er kriegt Panik. Wie soll ich diese 1200 Euro bezahlen? Was macht er? Er überzieht sein Konto. Dispo. Und dann kommen die Zinsen. Oder er hat Probleme mit seiner Freundin. Was macht er? Er betrügt sie mit einer anderen Freundin. Damit sie sieht, hier, ich bin der Mann. Du kannst Probleme von der Dunja nicht mit Dunja lösen. Es geht nicht. Hast du Probleme mit der Dunja, kannst du sie nur mit Allah lösen. Du kannst diese Probleme von der Dunja nur mit Allah lösen. Allah ist deine Lösung in allem. Alles. Eheprobleme, Liebesprobleme, Geldprobleme, gesundheitliche Probleme, Familienprobleme. Zu allem ist Allah die Lösung. Und wenn du ein Problem mit Allah hast, wenn du merkst, deine Brust ist eng geworden, wenn du merkst, dein Iman ist gesunken, wenn du merkst, deine Taten sind weniger geworden und deine Sünden sind mehr geworden, dann kannst du das Problem mit Allah nur mit der Dunja lösen. Hast du ein Problem mit der Dunja, gibst du sie Allah und hast du ein Problem mit Allah, gibst du die Dunja Allah. So einfach ist das. Einfache Mathematik. Hast du ein Problem mit der Dunja, gib diese Dunja Allah. Hast du ein Problem mit Allah, gib Allah deine Dunja. So einfach ist das. Einfache Mathematik. Wir haben doch zu Beginn gesagt, ein Mann und weil ich, ihr habt in euren Gesandten beste Vorbild. Er hat doch alles durchgemacht. Er hatte Eheprobleme, er hatte Liebesprobleme, er hatte Geldprobleme, er hatte familiäre Probleme. Sein eigener Onkel, Abu Lahab, wollte ihn umbringen. Was sind das? Was für Familienprobleme hast du? Ja, mein Bruder und seine Frau, die haben zu mir gesagt, meine Frau war nicht so schön auf der Hochzeit angezogen. Und dann siehst du, die zwei Brüder reden seit 20 Jahren nicht, weil seine Frau über seine Frau geredet hat. Allahumma s-ta'al. Meine Cousine hat über mich gesagt, ich habe das und das gemacht und dann reden die Cousine nicht und Schwestern nicht und dies nicht und Freunde nicht. Wahrlich, die Muqminin sind Geschwister. So stiftet Frieden zwischen ihnen und fürchtet Allah, auf das ihr gottesfürchtig sein möget. Allah über die sieben Himmel hat uns zur Familie gemacht auf der Dunja. Und das ist auch wieder das, was ich zu Beginn gesagt habe. Hast du Probleme, löse sie mit Allah. Willst du etwas, löse es mit Allah. Willst du etwas abgeben, gib es Allah. Fisa bilillah, auf dem Wege Allahs. Das ist das A und O. Das A und O. Hast du Eheprobleme und du weißt nicht, ja Allah, bitte hilf mir. Das sind jetzt nur Nasach. Wie viele von uns, ich bin 30 und es gibt bestimmt Schwestern, die sind in meinem Alter oder Brüder in meinem Alter, die sind verheiratet. Bruder, ich habe Eheprobleme. Wegen was hast du Eheprobleme, Bruder? Wegen was? Weil du dich entfernt hast von Allah. Von all diesen Fitten, die Allah erschaffen hat auf der Straße, war deine Frau die größte Fitner für dich. Deswegen hast du sie ja geheiratet. Du hättest jede heiraten können, du hast sie geheiratet. Sie war deine größte Fitner für dich. wie kannst du denn jetzt so mit der umgehen? Du Schwester, warst du nicht diejenige, die sich mit ihren Eltern sogar gestritten hat? Abdul Hamid, meine Eltern sind gegen den Jungen, obwohl er praktizierend ist. Er kommt nicht aus dem selben Dorf, er kommt aus einer anderen Stadt, er hat eine andere Nationalität. Du hast dich sogar gestritten mit deinen Eltern wegen diesen Jungen. Wie kannst du denn jetzt unzufrieden sein mit ihm? Das ist das, was wir machen, wenn wir uns entfernen gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Salah? Taib. Möge Allah uns gut und besser machen. Möge Allah uns vergeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das Gute leicht erreichbar machen. Möge Allah uns das Schlechte entfernen und schwer erreichbar machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen, damit wir helfen können. Möge Allah uns die Liebe zur Dunja entfernen. Möge Allah uns viel, viel spenden lassen. viel, viel spenden lassen auf dem Wege Allahs, auf das wir Jaum al-Qiyama all diese Spenden wiedersehen und lachen und sagen, ah, die Ikhwan von der Masjid haben mich dazu aufgerufen. Möge Allah sie belohnen. Möge Allah dies so ermöglichen. Akulu kaunan hadha wa astaghfirullah halihi walakum wa astaghfiruhu min kuli dhambi innahu ghafuru raheim Salamu alikum.